Es gibt unendlich viele Vorteile daran, sich rein pflanzlich zu ernähren. Unter anderem gibt es einen großen Vorteil für deine Gesundheit. Es gibt auch positive Konsequenzen auf der Umwelt. Aber das interessiert mich nicht so sehr, sondern was mich interessiert, ist Veganismus. Warum? Weil beim Veganismus, Veganismus ist ein ethischer Standpunkt und dabei ist der größte Vorteil für die Tiere, die wegen dir nicht mehr versklavt werden, nicht mehr gequält werden und nicht mehr grundlos ermordet werden. Die werden nicht mehr wie Objekte, Waren, Ressourcen, Unterhaltung betrachtet, sondern wie Individuen mit ihrer eigenen Persönlichkeit, mit ihren eigenen Bedürfnissen und Interessen. Und das ist der größte Vorteil für die Tiere, der größte Vorteil für dich, wenn du vegan lebst, ist, dass du kein Heuchler, keine Heuchlerin mehr bist, wenn du sagst, du wärst gegen Tierquälerei. Das geht nur wirklich, bist du im Einklang mit deinen Werten, wenn du vegan lebst.